Pott ist dabei und dir ganz alleine die 1 Das heißt treff ich auf dich, sieht man, du bist ne 0 Nicht weil du arrogant bist oder keinen Tag triffst Sondern weil in deinen Texten auch nicht dein Punch sitzt Du bist einfach shit, ey was glaubst denn du Wenn Vlad die 1 und 2 hattest er außer Wut Schön hingezweckt, ey der kann nur verlieren Der Dat ist safe, minus 1 wird zusammengeschrieben In deutschen 6, doch du wirst es nicht anerkennen Beschwert sich dann bei der Schule, der solle dich nicht bewerten Weil natürlich jeder der mal etwas gegen dich sagt Keine Ahnung hat und dich hat eben nicht mag Sei froh, bei der Bewertung läuft jetzt alles perfekt Dich bewerten Experten, ich mach den besseren Rap Und du wirst bei der Punktevergabe deinem Namen gerecht Eine Menge von Rappern haben echt fetten Schmuck Und du, du siehst aus wie ein Kettenhund Doch im Gegensatz bist du ein bisschen blass Und er der Spaß, der nach Kippen fragt, wenn er am Bahnhof ist Und so schreist du auch, wie der Alki am Gleis, den keiner braucht Versuch's auf diesen Beat und wir lachen dich aus Denn wenn du schreibst, kommt lautes Gelalle mit raus Versuch's auf diesen Beat, ey du triffst den Takt nicht, der ist hier zu schnell Mann, du kriegst nen Nachschritt Hier wird's laufen wie erwartet Hört wie er nicht den Beat verkraftet Platz Platz NachschDie Gott Platz Kapitaurais kennt E Untertitelung des ZDF, 2020